Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mit dabei ist King Magnus. Moin Moin. Ja, heute spielen wir Jump League. Mal gucken, ob ich heute gewinne. Also wir spielen öffentlich, aber mal gucken. Achso, wir spielen ein Team, gell. Ich bin noch gar nicht eingespielt. Unsichtbare Blöcke. Sei froh, dass es nicht nur unsichtbar ist, dass man auch die Schilder sieht. Ja, alle. Sonst wäre das so richtig geraged. Egal, ich hab das schon. Aber ich nehm trotzdem noch ein Holzschwerf, wenn ich das kaputt geht. Alter, ich wär fast nicht hochgekommen. Hä, wo muss man hier, ach hier, man muss hier hoch. Was ist jetzt los? Bis jetzt bin ich noch nicht gestorben. Ne, ich auch noch nicht. Doch, glaub einmal oder so. Ja, okay, einmal. Ich hab das schon, Alter, ich brauch das nicht. Ich krieg Sachen grad 5 Millionen Mal. Wo muss ich denn hier entlagen? Hä? Weißt du, wo man hier hin muss? Wo? Hier beim Friedhof. Ah, ja, okay, ich hab's nicht, ich hab's nicht. Da bin ich leider noch nicht. Alter, wie gut sind die Leute. Wo muss man hier hin? Äh, weiß ich grad nicht. Wo muss ich hier entlang? Oh, was ist das? Oh, nö. Problem ist, ich komm da nicht hoch. Ah, Mann! Ja, ich springe dagegen. Hä? Wieso schaff ich das jetzt nicht mehr? Was ist da? Hey, Philipp! Philipp, ich schaff den Sprung nicht. Ich schaff die, ich springe grad auch nicht. Digga, ich fliege da unten drüber, was ist das? Ich schaff die Sprung, ich schaff die Sprung nicht mehr. Jetzt. Nein, Philipp, das geht nicht, das geht nicht. Doch, muss gehen. Anscheinend schon, ey. Wenn die... Ich, ich war... Oh, ich komm da nicht hoch. Ja, jetzt? Wo... Wo ist jetzt im Aller? Mann! Bleib doch einfach an der Leiter hängen, Scheiß! Bleib doch einfach da oben drauf! Er springt schon wieder nicht. Ich seh dich grad. Ha, zwei sind fertig. Die haben Foodia, Alter. Le Cosmio! Ja, ich geh weg. Ja, wir gehen direkt auf mich, was du unehrenmänner, Philipp. Ich bin, glaub ich, hinter dir. Wenn wir Team Blau sind. Ja, ich bin hinter dir. Ach, wie langweilig, Alter. Ich mach... Ich mach gleich slash L. Ganz ehrlich. Komm hoch. Der ist runtergefallen, der ist runtergefallen. Der kommt hier nicht mehr hoch. Hilfe, 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 Hilfe. Ja, ich geh da und er hat verzaubertes Diamant. Du... Geil... Einfach nur am rumgeiern hier. Der ist fast tot, der ist fast tot. Der ist fast tot. Der könntest du theoretisch killen. Der grüne ist afk. Hä, das ist doch nicht mehr legit! Ich geb den grad fünf, Fitz. Ja, wahrscheinlich sind wir dann schon wieder... Ich geh bitte da hoch. Ich... Ich auch. Komm jetzt hier nicht mehr hoch. So. Hinter dir ist jemand. Geh, 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 geh! Ja, 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 komm! Stirb, 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 stirb! Happen! Ich geh wieder hoch. Ich komme. Warte, pass auf, es kommt jemand. Ich seh's. Ah, langweilig, Alter. Langweilig. Ja, geht auch, komm! Das ist doch nicht mal legit, Junge! Mann! Das ist nicht mal legit, Alter! Alter! Ja, komm, 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 komm! Komm her! Komm her! Komm her, wenn du... Drecksacke! Das ist nicht mehr legit, Alter! Komm her, du... Ja! 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 Genau! Er hat kein bisschen le... Nee, slash L! Nee, scheiß... Weiter geht's! Ähm... Ja! Ja! Bestzeit! 23... Das erste... Das erste, was es ist, ist runterfliegen! Geil! Ah! Ich bin grad drüber geflogen! Nein! Ich auch! Ich kann nicht wegen dem Lachen, Mann! Boah, Alter! Ich hab irgendwie Speed! Digga! Ich hab... Ich hab irgendwie Speed! Echt? Ja! Ich krieg auch nicht mehr Speed! Das ist doch nicht mehr legit! Nee, das ist grad echt nicht! Ach, Junge, wie weit hoch geht das? Hehehehe! Der... Der, der, der... Das ist spiegelt! Ich bin einfach wieder von da hinten runtergefallen! Boah! Hä, Philipp! Ja! Die... Die Leiter ist nicht mehr legit! Die... Die... Die Leiter hackt! Die... Die Leiter hackt! Das war's jetzt nicht ernsthaft! Ja, ich hab... Ich hab... Ich hab nur nicht... Hier! Zack! Hast du's grad gehört? Nee! Nee! Ah! Oh, Nö! Nicht die zwei wieder! Ey, lass leften! Lass leften! Die zwei Spaß hießte wieder da! Okay! Bis zum nächsten Mal.